Freitag, 22. August 2008, das sind die Walliser Nachrichten auf Tele-Ober-Wallis. Drei Alpinisten sind bei einem Bergunfall umzuleben gekommen. Ein unterirdischer Gletschersee hat die Schlammlawine von Münster ausgelöst. Und die FC Sitte trifft dem Schweizer Club auf Edwalt-Garouge. Am Donstagvormittag kam ein Alpinist am Matterhorn bei einem Bergunfall umzuleben. Nach der Kantonspolizei ist der Mann auf einer Heche von rund 4'200 m aus einem ungeklärten Gründ rund 400 bis 500 m in die Ostwand gestürzt. Im Unterwallis kam am Freitagmorgen zu zwei weiteren tödlichen Bergunfällen. So ist beim Aufstieg zum Kankombe ein Mann nach Auskunft von der Kantonspolizei, kurz unter dem Gipfel, ca. 300 m in die Teife gestürzt. Und auch beim Aufstieg zum Pötigloche du Pochtalier bei Achsiach ist ein Mann rund 15 m in die Südwand gestürzt und ist nur einer Unfallstelle gestorben. Ein unterirdischer Gletschersee hat am Donstag die Schlammlawine ausgelöst, die der Münstigerbach über die Ufer hat getreten lassen. Im Moment laufen die Tüfer im Arbeiten in Münster. Wie hoch das der Sachschade ist, kann man zurzeit noch nicht sagen. Der Kanton hat der Gemeinde aber schon jetzt scheinen Unterstützung zu gesichert. Seit Anfangswochen ist der Simplon Pass für den Verkehr gesperrte. Die Grunde seien ein Steinschlag auf der italienischen Sita gewesen. Die Verantwortlichen vom Personenverkehr haben am Freitag erklärt, dass der Pass ab Samstag wieder von morgen am 8. bis am Abend am 8. offen ist. Während der Nacht geschliesst man aber den wieder. Der Auto verlässt die Briege ein, hat aber mitgeteilt, dass man in der Nacht zwei Extra-Zig einrichtet. Die fahren dann jeweils um Mitternacht und am 2. Morgen ab Briege weg. Ab dem 1. September soll der Pass wieder ganz offen sein. Am Freitag ist der Spatenstich zum 6,4 Millionen Tierenprojekt von der neuen Monterosa Hitta zu zermagsen. Die Schwerpunkte beim Neubau hat man auf die besondere Architektur und die ökologischen Massnahmen gesetzt. So soll sich die Hitta beispielsweise zu 90% selber mit Energie versorgen. Nach dem Präsidenten der SAC-Sektion Monterosa, Peter Blasch, weil man ab dem Frühjahr 2009 beginnt zu bauen, die Hitta selber sollte bis im Herbst fertig sein. Die Dienststelle für Umweltschutz in Gran Montana hat der Lehrpfad zum Thema Luft- und Luftverschmutzung eröffnet. Auf einer Strecke von 6 Kilometern bekommt man Informationen unter anderem zu Luftgesundheit, Schadstoffquellen, Triebhäuseffekte sowie zu Ozon und Finstäub. Zum Sport-Fussball. In Bayern hat man die erste Runde vom Schweizer Coup ausgelöst. Der FC Sitte muss auswärts gegen Edwald Gauhausch antreten. Die insgesamt 64 Mannschaften spielen die erste Coup-Runde am Wochenende vom 20. stimmte am 21. September. Am Freitag hat Nika Pfeil an den Sommer erinnert. Ob ihr am Wochenende wieder präsenter ist, wir sehen es im Wahlleiswetter. Am Freitag hat man sich dicke Wolken der Sonne hinwegstellt. Im Verlauf des Nachmittags ist der Lokal auch immer wieder mal regnen. So sieht man es hier auf dem Bild der Wetterkamera der Bettmeralp. Das Wochenende startet leider gleichermassen Trist. Am Samstag ist in den geringsten Teilen des Oberwalis bewölkt und Regenschmäckli. Das bei Temperaturen von 21 Grad im Goms, 26 Grad im Talgrund und 18 Grad zermatt. Am Sonntag kommen wir dann wieder eher in den Genuss von ein paar Sonnenstrahlen, aber auch da ziehen wir immer wieder mal ein paar Wolken auf. Das Thermometer zeigt den besten Fall 26 Grad an und auch der Wochenstart ist durchzogen. Die Sonne und die Wolken liefern sich ein Wechselspiel. Wechseln dient ganz sicher auch wieder die Themen bis zur nächsten Aussage von den Walliser Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.